An dieser Stelle dürfen wir uns von Ihnen verabschieden. Am Abend erfahren Sie das Wichtigste des Tages. Bei meiner Kollegin Teresa Kulowitsch in Österreich heute um 19.18 Uhr geht's los. Und ORF 3 Aktuell kommt morgen wieder um 9.30 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020